Ich beschönige nichts. Keiner soll sagen, dass es hier gut wäre. Diese Scheiße stinkt. Verstehst du, was ich sage? Meine Bestimmung ist der Frieden. Dafür würde ich sogar sterben. Aber sie wollen hier keinen Frieden. Trotzdem kämpfe ich dafür. Ich, OG, Murder Mile General. Kommt mit. Das ist es, was die Menschen trennt. Diese Brücke hier. Es sollte nicht so sein, aber so ist es. Wenn jeder auf jeden schießt, dann ist das nicht lustig. Wenn sie auf uns schießen und wir schießen auf sie, dann werden alle sterben, weil die Brücke uns nicht abhält. Aber sie trennt den Bezirk E9 von E8. Es ist dieser Brücke, der E9 und E8 spielten. Diese Frau kennt mich seit Jahren. Sie hat den kleinen Jungen, die Rotznase gekannt und den Kerl, der ich heute bin. Wir machen hier den Unterschied. Sie hat es erlebt, als ich mich geändert habe. Ich war, weiß Gott, ein schlimmes Kind. Aber Leute wie sie und meine Mama haben mir in den Arsch getreten und mich auf den richtigen Weg gebracht. Und jetzt will ich was zurückgeben. Das ist das Revier von OG. Bannister House, sozialer Wohnungsbau. London im Stadtteil Hackney. Berüchtigt für seine Jugendgangs. OG ist hier aufgewachsen, wenn er nicht im Knast war. Neun Jahre saß er wegen Hehlerei, Gewalt und Drogen. OG übrigens steht für Original Gangster, sein Gangname. Jetzt ist er 30 und geläutert, nicht mehr aktiv, sagt er von sich. Er will uns richtige Gangmitglieder vermitteln. Die Polizei, die regeln hier alles ab. Niemand traut sich mehr aus dem Haus, das ist die Realität. So läuft das hier. Jede Woche eine Straßenkontrolle. Hier seht ihr es, Hommerton Highroad. Sie stoppen die Autos, suchen nach jungen Schwarzen, glauben, sie wären alle Unruhestifter. Wir schauen uns die Straßenkontrolle genauer an. Sie entpuppt sich als harmlose Verkehrsbefragung. Der Effekt ist der gleiche. Die Gangmitglieder verkriechen sich. Zum verabredeten Treffpunkt kommt keiner. Erst viel später treffen wir einen. Hier ist einer der Jungs, der sein Gesicht nicht zeigen will. Lifeboy nennt er sich. Zugedröhnt. Reden wird er nicht mit uns. Das sind die Jungen. Sie haben jetzt das Sagen, versteht ihr? Ich kann nur mit ihnen reden. Wenn sie nicht hören wollen, kann ich auch nichts machen. Aber sie lieben mich. Und ich liebe sie. Jetzt kommen wir zur Highroad. Die untere Mördermeile. Hier war es. Vor zwei Monaten. Vor zwei Monaten eine Schießerei. Genau hier. In der Lower Clapton Road treffen die Territorien von drei Gangs aufeinander. Deshalb sterben hier die meisten Menschen in London. Kaum ein Opfer ist älter als 18 Jahre. Die Täter sind fast immer jünger. Mördermeile nennen sie diese unscheinbare Straße. Aber es gibt viele Mördermiles in London. London ist Gangland. Und Gangland ist die Welt dieser Jugendlichen. Um mich herum waren immer Waffen. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Menschen erstochen wurden. Einen Freund haben sie direkt vor mir erschossen. Ich habe keine Angst mehr. Trotzdem sind sie vorsichtig, wenn sie ihr Territorium verlassen. Nicht auffallen. Die wichtigste Taktik. Vermummen, damit sie keiner erkennt. So sieht das dann aus. Und so von der Seite. Ist es nicht gefährlich, wenn ihr gar nichts mehr seht? Nein, du musst immer gerade ausschauen. Den Kopf runter und gerade ausgucken. Und schnell gehen. Und so machst du es, wenn du im Bus bist. Wenn eine Gruppe einsteigt, schnell die Kapuze auf. Ja, du gehst weg, bevor dich einer erkennt. Ausgeraubt, erschossen, erstochen. Dafür gibt es viele Gründe. Wenn du jemanden falsch anschaust, bekommst du ein Problem. So sieht es aus. Das ist wirklich kein großes Ding. Als würde man immer gleich getötet werden. Es ist in Ordnung. Es hängt eben davon ab, von wo du bist. Es hängt davon ab, ob du Glück hast. Du kannst 20 Jungs begegnen. Entweder tun sie dir was oder eben nicht. Es ist nicht so, dass immer etwas passiert. Aber wenn du an die gerätst, die nichts mit ihrem Leben anfangen können, dann ist das aus mit deinem Glück. Dann waren es die Falschen. Nur wenige haben eine Zukunft jenseits von Arbeitslosigkeit und Sozialamt. Knuckles nimmt uns in seine Gegend mit. Sozialer Wohnungsbau auch hier. Sein Gebiet? Ein paar Straßen. Dann kommen die unsichtbaren Grenzen. Dahinter ist Feindesland. So funktioniert ganz London. Die Stadt ist aufgeteilt unter 180 Jugendbanden. Meist Einwanderer in der zweiten oder dritten Generation. Überwiegend mit schwarzer Hautfarbe. Aber es gibt weiße Gangmitglieder. Wir treffen sie nachmittags gegen halb fünf. Eine unscheinbare Gruppe auf der Straße. Insgesamt soll die Gang 600 Mitglieder haben. Schulkinder gehören genauso dazu wie Schulschwänzer. Das ist ihre Familie. Hier lernen sie die Regeln der Straße. Wenn ich auf deine Schuhe trete, entschuldige ich mich sofort. Manche entschuldigen sich nicht. Und die haben dann allerdings ein riesiges Problem. Die Regeln sind streng. Wer sich nicht daran hält, der wird dazu gezwungen. Es geht um Hierarchie und um Ehre. Und es geht um Respekt. Anerkennung, die sie nur hier in ihrer Gang erfahren. Und dafür töten sie auch, wenn nötig. Im Jahr 2007 starben in London 26 Jugendliche durch Gangmitglieder. 2008 liegt die Zahl höher. Die meisten, die sterben, sind nicht unschuldig. Sie haben etwas getan. Du stirbst nicht unschuldig. Einer von einer Million vielleicht. Aber bei den meisten gibt es einen Grund, wenn du verstehst. Du hast dich mit den Falschen eingelassen. Zum Beispiel mit der Polizei. Du darfst nicht mit der Polizei sprechen. Wenn du Illegales machst, dann machst du Illegales und redest nicht mit der Polizei. Du verrätst niemanden, verstehst du? Wechsel nicht die Seiten. Hier gibt es Leute, die haben keine Mutter, keinen Vater. Sie haben kein Einkommen. Sie kennen nur die Straße. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber so ist es. Das ist ihre Art zu überleben. Vor einem halben Jahr war Kieran Teil der Gangwelt. Jetzt versucht er, ihr den Rücken zu kehren. Jeden Morgen der Weg zur Schule in einen anderen Stadtteil, damit er den Mitgliedern seiner alten Gang nicht mehr begegnet. Von ihnen war er ausgeraubt worden. Das hatte Kieran die Augen geöffnet. Sie alle hier sitzen wieder in der Schule. Wie Kieran, ehemalige notorische Schulschwänzer. Jugendliche.